Mit dem Paddle schießt du und suchst du? Mit dem Gas- und Bremspedal schleichst du und läufst du schneller? Gehe ich wohl nach B, wie es aussehen, okay. Ja, ich gehe Double-Doss. Geht mal zwei... Ja, Alter, ich habe die Aufstellung kapiert, ich glaube es ja nicht. 2 B, einer da. Ja, irgendwie macht es aber immer keiner, irgendwie stehen immer 2 A an Schott B. Oh, f**k, nein! Boah, ich muss dringend Dokkan Battlezocken. Es gibt Legendary Summon. C lang, einer. C lang. Switch mal rüber nach C. Das sind mindestens... also 3... aber chill, chill. Das sind mindestens 3... Solange die nicht hochkommen, Alter, alles gut. Einer down. Cypher beseitigt. War da noch was bei dir Mitte? Nee. Nee. Mitte ist clear. Ich pushe. Boah, ich bin... 20 AP, habe ich noch die Rotaten, Achtung. Oh, nicht so weit durchrushen, nix machen. Haben wir noch ein Heal? Ich brauche ein Heal. Ich habe 20 AP. Ein Gegner übrig. 3 am Boden. Page. Ich hole die. Ich habe mich selber gehealt. Geh mal nach A rüber. Also A war nix. Muss sein, C ist nix mehr. Hey, der ist hier, oder? Ja, hier ist noch ein oben irgendwo. Ja, das ist ja der letzte. Ist der in der Spalte drin, oder? Ich glaube schon, der hat mich gerade lang abgesmoked. Ich schieße einen Reiser. Hast du es hin? Ja, ich habe mich einfach durch die Smoke geholt. Ich habe seinen Hut gesehen. Ich habe seinen Hut gesehen. Ja. Ich soll es dir nicht sehen. Fängt ja gut an, ey. Ich finde es nice, der Schar, aber sein Hut verrät ihn. Ja. So ist es, wie bei Assassin's Creed. Die ganzen Templer wissen automatisch, dass du ein Assassiner bist. Und zwei mit, ey. Wenn nur zwei. Drei. Drei mit. Da ist noch eine Sage. Ah, und hier ist auch was bei A. D lang nicht, geht aber. Kommt wieder ins Fenster. Du hast gut gekämpft. Geh mal nach A rüber. Geh nach A rüber. Ich schiebe A, ich schiebe A. Ich geh in der Wind. Geh safen, ich geh unten. Ach komm. Geh in die Ecke. Ah, Windau, Windau. Ah, Windau, Windau. Die gehen nach A glaube ich. Wann hast du dieses lange Ecke, oder wo guckst du hin? Ich guck grad auf Short und lang so bei meinem Switch. Okay. Ne. Alter, das wird ne ganz knappe Geschichte, ja. Ich würd sagen, die gehen. Loll, ja, A, wir da. Ein Gegner übrig. Bei mir. Noch 30 Sekunden. Wo der oben ist, keine Ahnung, der kann echt überall sein, mittlerweile. Hab den oben. Ja, dann der Cypher ist so scheißegal, sagt der andere Dude. Der kann hinter euch sein, der kann überall sein. Das sag ich doch, Alter. Wolle er sich durchsliegen, der macht das? Alter, ja, ja, der war schon mit so. Ich hab ja, ich hab ja drei Richtungen decken müssen, grad WC und Mitte. Ich bin halt gelaufen. Aber es wird da nicht so gut kommen können. Aber es wird da nicht so gut kommen können. Ich hab kein, ihr habt kein Geld, ne? Na. Doch, ich kann. Kann ich denn keine? Ich kann noch kauf? Ich kann noch kauf? Kann mir das jemand kauf? Danke sehr. Danke. Ich kann noch kauf. Als hab ich keine Armoh. Fuck. Egal. Hmhm. Brauchst du eh nicht. Wird übergewertet. Habe ich keine Armoh. Ich hatte doch, hatte mich, hat genau meine Armohrunde geschossen. Ja. Mitte kommt, Mitte Dumbledore. DABP. Für Dumbledore, ja. Ja. Zwei noch, Mitte. Und einer bei C lang. Guck mal rüber, Simon. Und Cypher ist Wendor, glaub ich. Guck, da liegt ne Bundle. Auf C. Meine Gegner ist unber. Cipher window. Last window. Guck, nehm bitte die Wand. Ja, genug. Letzte war A. Letzte Position war hier. Ja, genau. er hat eine falle gesetzt bei er und wo hat denn der fall seine falle hingesetzt das habe ich noch gehört hier auf a short also also ich bin eigentlich ein ehrlicher mensch aber so direkt alle steht genau hintereinander der eine guckt nach rechts der andere spielt mit seinem bogen willi willi ist halt gerade am retaken und er will hier irgendein pfeil rumballern das war der ding pfeil schockpfeil ja der ist sehr nützlich hättest er lieber mal eine waffe in der hand gehabt dann hätt man sich um die gegner am boden das war schmiedisch auch push 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 ich bin hinter dir push 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 c ist hoch c c c c c die sind auf c falle auf c gesetzt ist mit ihm kaputt der ist auf der kiste auf der kiste schade ich liebe explosion habe ich schon mal gesagt dass trauben übelst geil schmecken gestern ist nur von trauben geredet die ganze zeit ist wirklich so ich fress schon wieder den packen trauben ist einfach so geil schmeckt einfach viel zu gut um sie nicht zu essen oh man danach hast du mal auf den bauchschmerz was noch freak hat mir damals ein liquid empfohlen von the mount traube es kam ran ich habe sie in dieses ding eingefüllt habe dann gezogen und fast gekotzt so widerlich war das so widerlich war das so widerlich war das so widerlich war das könnte sein dass wenn da auch einer sitzt ne geht mal ein bisschen defensiver alter was pusht ihr denn immer ok ich sehe auf der karte nur drei leute vorlaufen neutralisiert hast du doch die waren ja easy c langsam die versuchen auf a ein gegner übrig makellos lol der safe oh man lasst uns nicht von unserem rechtschaffenen pfad abweichen was ist das für eine runde ey sind ja voll die bonobos die gegner schweißer ich das alter lieb lemmings schießen sie wollen sterben sie wollen sterben lasst sie gesundheit hauptsache armen sage ist mit der operator am fenster steps bei a schweißer wie schnell schießt sie mit ihrer marschall wie schnell schießt sie mit ihrer marschall plant im port er ist b oder so a plant er da plant er da spike platzieren abgeschossen der drei aus dem r ein gegner da ist es noch oder weg defuse 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 ist hier durch wo war der denn die sind alle gestorben seit alter was macht ihr denn ich bin mit ihr aus dem window eine runde mal keine zwei kills gemacht müssen die direkt verlieren ja dann gib dir mal mühe d lang äh, hier, Rainer Bei mir sind 3 Stück noch Switch mal rüber Ah, push mal nicht so weit vorne bei A bitte Weil wenn du stirbst, dann ist instant für uns Chaos Einer auf jeden Fall noch Ja, mehr hab ich nicht gesehen Den anderen hab ich nicht gesehen Also A ist noch einer Ok, der hat einen Zweig Switch rüber Ist gerade Da da da, ja Passt Nice Nice Huuu Sie geraten langsam in Panik Ich kann von hier fühlen Kann man uns direkt bei Germany's next Tracker anmelden, Alter, so gut wie wir sind Schau jetzt insta meine Ulti durchs Window, ne Schau dir jetzt einfach hier straight ins Window Ok Dann bleib ich erstmal hinten stehen Soll ich's trotzdem smoken, oder Nicht Wenn wir diese Runde auch gewinnen, dann machen wir nächste Runde Wir sind unerschütterlich Einer gegen 5, wenn wir nacheinander Ne, mal nacheinander Die anderen bleiben in der Base, ok? Ne, mal nacheinander Aus dem Weg Aus dem Weg Die rushen mich Ich habe eine C, C rushed Ja, das Scheiße, Ulti What? Wie kann ich denn da nicht drauf sein? Spy platziert Wo, wo? B oder C? C C Geht einfach auf Frags Da haben wir doch mal nur eine Ulti drauf, keine Ahnung In jeder Ecke ist einer, in jeder Ecke ist einer Ausgeschweigert Ausgeschweigert Ah, die hängen lang wahrscheinlich Ja Ja, lang, lang, lang Das war klar Fake defuse Fake defuse Ach, schade Soll ich dir mal noch ein Play sagen? Du hättest dich einsmoken können und langsmoken können Ach, stimmt Ich habe ja noch einen Schmuck gehabt Ach, stimmt, ich habe ja noch Skills Ach, stimmt, ich habe ja noch Skills Oh, bester Mann Ich habe das vergessen Push mal bitte nicht Mitte raus Hier, Sage Weil ich brauche dich auf C, wenn die hier kommen Die pushen mich sonst übelst zurück In A Window Window war einer, no War mal nicht Sage Window ist Sage Doch Rayna ist C Ach komm, Alter Ach komm, Alter Alles A Alles A Also zwei Stück sind A Sorry Zwei Mitte, zwei A Die waren gerade erst am kommen Ich weiß nicht, ob sie jetzt lang oder kurz gehen Die sind B drauf Ja Boah Verschall Du wirstешь nichts Lul Mit hinten aber rechts Pvent Also glowing Während ещё 확rolet Yves Zeit Erwässig Nein Zu Ladung raus Ladung raus Wovon lange alter man Ach wenn die A haben Das ist halt so ekelhaft Ja wir müssen ein bisschen defensiver stehen Keine Ahnung Ich sag's ja nur die ganze Zeit Aber ist ja irgendwie egal so Oha ich hab auf dich gehört Ich hab nicht geposcht Aber siehst ja was dann passiert Wir gehen jetzt zu zweit mal A kurz rein Du kannst doch double doors stehen Aber steh doch hier oben am Fenster Dann kannst du hinten rum auf C Dann Fenster ist so obvious Na wach dann gehe ich jetzt Fenster ist geil Was wollen sie groß machen Oh was sind die Waffen Ich werde wieder starten Kamera B Mitte sind welche Ich lass Fenster offen 80 hab ich der What Ja genau Wir müssen defensiver spielen Und der Dude stirbt im Connector zu Den ihr uns von Nein Spike ist wenn du Noch 30 Sekunden G in C Spike platziert Keine Ladung mehr Die Jagd beginnt Menschlich oder nicht Spiel jetzt mal bitte Death ist denn das echt so schwer Leute Mach mal ne Echo bitte Ich kann nicht kaufen Außer einer kann mir legen Mach mal ne Mid Echo Ich kann was kleines legen Wenn ihr wollt Ne Also einfach Marshall oder so Und überall rein Einfach Einfach Mitte durch Vielleicht kann man Window Oder sowas holen Kann man ne Ulti Window Ne Würde ich nicht Instant machen Ich hau mal mein Pfeil Warte Wer steppt denn da so Blöd Ich höre Cypher ist hier Hier Fährt C lang auch C Ja Ja C planted Spike platziert Noch einer lang Wo war'n der? Omen ist lang Hier Ach Ach der hat da hinten rumgestanden DT ist was? Level erleben der Spieler Na die stimmt 2 lang Nach Stirn Sorry Sorry Fürs Lachen Letzte Runde In dieser Hälfte 147 Ich kann kaufen Wenn jemand will Ah ja Das ist Match Heute Lass mich immer so reinkommen Einfach Dev spielen Geht halt einfach mal Nicht weiter vor Als die blauen Striche Warum auch Bereit Starriere ergriffen Gegner gerichtet Operator Mitte Bitte Gegner gerichtet A lang Eher lang Doch Aus dem Weg Short und langer Immer noch Aller Letzter Leben der Spieler Boah alles Spike platziert Spike platziert Erledigt Erledigt Hast du den Hast du dir noch Puppe gepläten? Nein Nein Ich habe ihn nicht getroffen Nein Leider nicht Könnte man da durchbringen Wäre er tot Miese Lass C gehen Geh mit Bombe C Zwei Mitte Über Double Dose zu C Das sieht so geil aus mit dem Charakter Alter Wer guckt die Wand an Hast du die Explosion In der Mitte Das sieht so geil aus Alter Ich sehe mehrere Kinder Unsere Schlange Braucht Hilfe auf C lang Pushen ganz schön Was seid ihr denn? Kopfschuss Hinter dir Gegner getötet Gegner getötet Ein Gegner übrig Der letzte Gegner ist besagt Ich bin lang-aggressiv oder was? Grad ist also die War schon? Die Sages Äh die Ne Welche war es denn An der von den J-Bitches? Bitch please! Eine von den J-Jet oder? Ja irgendeine Die stand schon fast vor mir Als ich um die Ecke gegangen bin Die J-Jet war das Ach Chana was Was ich mir wieder einstellen Musste Ja Ja Nein Nein Brechen wir auf Meinst du das hier? Ja 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 Der Titt Was du gerade hat Dann wird die Links auf die Plattform Ja 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 Das ist ich habe zu uns platzierten simon 321 kommen wir da runter ich muss gleich geschossen defused nein der loskommt der war total also spätestens jetzt müsste er verkaufen gehen der war hart sicher würde ich auch der macht den hier der macht den hier bei dir ja weil wir jetzt eine killcam geben würden das wäre halt schon nice oder am schluss so ein highlight wie ein overwatch das wäre halt schon cool ziel in sicht ja 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 ok da sind paar drin window zwei stück jetzt ist da oben auf dieser kiste da draußen das war schotty shotgun ja das ist eine shotgun weil ich habe in zehn sekunden im fall wieder neulich auf c warte prim warte was a fragezeichen ach a fragezeichen ich hab prim warte und du gehst ja lange vor ach komm alter rotatet ihr nicht warum lauft ihr in vier leute rein äh ich dachte ich hab ehrlich gesagt nicht auf euch geachtet ich hab dreimal gesagt ich dachte ihr lebt noch c war ja nur einer drauf nein da waren vier es waren zwei mitte einer c ja waren alle drauf die c hat ja vielleicht fensters aber c hat sich nur einer gezielt verpiss dich ich will da hin da hin will ich da hin da hin alle zusammen ich weiß genau wo ihr seid ich bin der jäger 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 Simon hat halt einen kill gemacht das war worth hast du was gesagt total worth mega das nasch ich die ja wir haben noch gar kein b-go gemacht ne ne ich wollte mal double dos und dann könnt ihr direkt auf c auf gasen ich will eigentlich window rein eben alter hm ok es ist besser du wallst irgendeine seite weg dann auf b weißt dann wall ich trotzdem double dos und das Pech gehabt nein spaß wer hat es gesmoked ernsthaft ernsthaft wer hat es gesmoked linke seite ist einer b ist clear b ist clear mach eine zeite mit zu mach eine zeite mit zu mach eine zeite mit zu und ich aus und sehe aus kommt wo ist eine zeite weg aber finder gesetzt ein gegner über das sage hast du keine wollen mehr chan doch ich will sie doch holen ich will sie doch holen ach wollen doch einfach alle spiel doch safe ich das game ist safe es ist nicht doch doch easy easy ich troll nur rum gerade ich troll nur rum gerade es ist getan nice uuuh richtig schön die rotation prediktet hier ahhh scheiss ich hab kein geld ähhh meh doppel du hast bitte nicht smoken nicht smoken ok ok ja ok nicht smoken und hinten das fenster bei den das augen nicht smoken ok mach B zu hehehe B ist schon äh und mal auf der kiste stehen sie von der heilung ich hab nur noch einen das liegen ja von hinten auf 10 ne macht keiner ne keiner gestorben was hm kannst du mal hier die wall zerstören die linke hinter uns kompass hinter uns ich krieg es halt einfach nicht down also die hat noch 10 abgehend der hat gemeldet der hat gemeldet der trainert gut jing ah ich hab ja den links links ist noch der cipher hier planter 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 aber hier ist ein gegner ist das enttäusch 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 unten links in der ecke unten links in der ecke unten links in der ecke ne der saved witten genau hier da ist ja da ist ja hier hier die da ist ja hier die manieren beibringen Auf was bist du denn verwirrt? Durch die Bombe oder was? Das Spiel bockt so mega Kleine Bildungslehre hier Äh Fett zum Port Beachtet, tönt euch Pass auf Spawn auf Boah ich hab Ultra geleckt Vorne ist keiner Warte ich fahr mal mit meiner Drohne hoch Oh mann alter Ich hab immer so einen Timelag Go 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 Sage ist hinterm Spawn Backside, Sage Das sind zwei, rotiert rotiert Gegner getötet Werde wieder stoppen Tschöön Gegner gesichtet Ein Gegner übrig Ein Gegner übrig Noch 30 Sekunden Was passiert? Ich hab' ihn Ich hab' ihn gehört Ich hab' ihn gehört Das war aber ein schönes Script am Laufen Ich? Ich nehm' gerade auf Ich nehm' gerade auf Weißt du ne? Skript bleibt Skript ne? Wenn du's machst Das war aber eindeutig ein Quickscope Das war ein Quickscope Das war ein Quickscope, ja Nein, das war ein Quick No Scope Das war kein Skript Was der Wenn ich jetzt sterbe Das mach's nochmal Alles klar Das will ich sehen Das war einfach nur ein schneller Quickscope Noch Mach mal, schieß mal einfach Guck mal, wenn du die Kugeln hingehen Wenn du das so machst Hier Genau so hab' ich geschossen Dann war's aber ein Luckshot Ja, wahrscheinlich Typho ist hier short Pass auf, der könnte von hinten kommen Ich hab' auch nicht erwartet, dass ich treffe Typho ist Hier Ich hab' keine Ahnung Window irgendwo Warte, der kann überlang kommen Vielleicht nur zu zweit Ich hör'n, der ist rechts von mir Ja, ich hab' ihn auch gehört Double dust Kann auf Fenster reingesprungen sein Ja, ich glaub' nicht, dass der kommt Der wird safen Der wird safen Ja Letzter lebender Spiel Ja, auf lang Schafft er nicht mehr Schafft er nicht mehr Du kommst nicht mehr weg Egal, kill ihn noch Lass ihn nicht safen Bleib ihnen auf der Spur Bleib ihnen auf der Spur Weil die zu zweit rumziehen Das ist voll ecke Ja Ah, waren wir noch gar ein einziges Mal gegangen Da waren wir schon Ja Komm, snipen wir zusammen Ja, lass zusammen Geigen New Drei Zwei Eins Gegner gewichtet C ist keiner Mein Fall in meinem Backside Doch B war einer, oder? Hab' ich gesehen Ja, ja, ich hab' ein Fenster Ist einer an den Doppel-Dose Hier ist ein Die Rayna ist hier irgendwo Ja Sie wusste nicht, wen sie anschießen soll Alter Lass ihn doch hoch Ehrlich, fahr' mit der Drohne hoch Pass du hinter mir bitte auf Dass hier von hinten nicht getötet wird Bitte Komm mit der Bombe Pages hinten drunter Zwei Durch die auf C, Zwei Zwei Seite C Mach kaum Schluss jetzt C war noch einer Backside Decke Gebiet auf Nos Wing Noch mal langsam bitte Digger Ich sneak mit der Rohe Der ist gedroppt Der ist Double Door Kappschuss! Ein Gegner Übers! Nice! 15 Sekunden! Die ist auch hier! Nice, Simon! Richtig stark! Matchpunkt! Ihr habt euch diesen Sieg verdient! Besiegeln wir ihn! Können wir mal A gehen? Ich meine, der kann ja weiter auf Dings snipen, aber... Denkst du noch da? Geh zu A! Geh zu A! Geh zu A! Drängt sie in die Ecke! Mauer errichtet! Bitch, please! Hier ist ob es Ries, oder? Geht durch, geht durch, geht durch! Ah, siehst du hin! Nice! Planten, planten! Vorn belegt links! Heaven oder so? Heaven! So, cover mich! Halt! Letzter AFK! Oder? Ja! Sie werden sich beugen! Sie werden sich beugen! Scheiße AFK, also! Naja, sie kam zurück! Und Alpha gewinnen! GG! Schade, Alter! Die drei haben sich nicht geknackt, aber... Starkes Game! Ich bin! Ja!